Ah stimmt, ich habe ja auch biotische Fähigkeiten. Ja, ich beschäftige mich nicht so viel mit den Fähigkeiten in diesem Spiel. Ja, ist so ab Mass Effect 2. So, ich würde sagen, wir verteilen mal eben die Punkte. Ähm, Sturm und das Training. Wir machen erstmal das. Und was brauchen wir für taktische Panzerung? Ähm, dafür müssen wir bis hier. Biotik-Schutz, ja, das ist eigentlich ganz sinnvoll. Ja, das nehmen wir auch mal. Set the charges, destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Okay. Oh my God. Das ist die erste Bombe. Ah, ich renne mal da rüber. Ich hätte vielleicht auch mal die anderen skillen sollen. Das müssen wir wohl gleich machen. Ich fang halt ja mal gar nichts ab. Ich fang halt ja mal. Ich bin nicht im Laufe des Kampfes. Ich bin nicht im Laufe des Kampfes. Ich bin nicht im Laufe des Kampfes. Du bist schön groß. Ich bin nicht im Laufe des Kampfes. 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 Mir gefallen diese Augen nicht. Also ich musste gerade auch Shepard neu erstellen und irgendwie... Das Ding ist, egal was man macht, es sieht am Ende doch auch immer scheiße aus. Ich werde nicht lief zu dir, Shepard. Es sieht schlecht aus. Nihilis ist tot. Der Beacon wurde zerstört und Geth ist invadiert. Der Kanzel wird die Antworten geben. Die Geth würden die ganze Kolonie ausfüllen, wenn ich sie nicht verholt habe. Ich stehe hinter dir und deinen Reporten, Shepard. Du bist ein verdammter Heroin in meinen Büchern. Das ist nicht warum ich hier bin. Es ist Saren. Das andere Turian. Saren ist ein Specter. Einer der Besten. Einer lebenden Legende. Aber wenn er mit den Geth arbeitet, das bedeutet, dass er sich in der Welt verholt hat. Ein rohge Specter ist ein Problem. Saren ist gefährlich. Und er liebt Menschen. Warum? Er denkt, dass wir zu schnell werden, um die Galaxie zu werden. Viele Aliens denken das so. Die meisten machen das so. Aber Saren hat sich mit den Geth verholt. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass es etwas zu tun hat, mit dem Beacon. Du warst da vor dem Beacon selbstbewusst. Hast du nichts gesehen? Any clue, die uns wissen, was Saren ist nach? Vor dem ich die Bewusstsein verloren habe, hatte ich eine Art Vision. Eine Vision? Eine Vision von was? Ich sehe die Synthetik. Gathe vielleicht. Die Menschen. Die Menschen. Die Menschen. Die Menschen. Wir müssen das an den Konsul, Shepard. Was werden wir ihnen sagen? Ich hatte ein schlechtes Traum? Wir wissen nicht, was die Information war in dieser Beacon. Die Prothean-Technologie. Die Blueprints für eine ähnliche Weapon von Mass Destruction. Whatever es war. Saren hat es. Aber ich weiß Saren. Ich weiß seine Reputation, seine Politik. Er glaubt, dass Menschen ein Blight auf der Galaxie sind. Dieser Angriff war eine Art von Krieg. Er hat die Seekern aus der Beacon. Er hat eine Armee von Geth in seiner Hand. Und er wird nicht stoppen, bis er die Menschheit aus der Galaxie hat. Ich finde einen Weg, um ihn runter. Es ist nicht so einfach. Er ist ein Specter. Er kann überall gehen. Er wird nicht so sehr, was wir haben. Das ist Grund, dass wir die Konsul auf unserer Seite brauchen. Was haben sie denn alles getan, für Humanität? So, ich gehe mal kurz was trinken. Okay, weiter geht's. Hey, Commander. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. That means a lot from you. I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out. And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice, when someone makes you feel welcome. I think you're going to fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough, when I grew up. Oh shit, the things are now too hard to find. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. What the heck? What's better? . Look at the size of that ship. The Ascension. Flagship of the Citadel Fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers on any ship in the Alliance Fleet. Good thing it's on our side, then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance Operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to dock 422. This is an outrage. The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony. This is an outrage. The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony. Don't found colonies on the borders of the Terminus Systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue specter. I demand action! You don't get to make demands of a Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the C-Sec findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime. In case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. If they don't stop him, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the C-Sec investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Also, eines finde ich am ersten Effekt immer wirklich sehr erstaunlich. Und zwar, dass man überall hin kann. Selbst in die Büros von irgendwelchen Botschaftern oder irgendwelchen hoher politischer Figuren. Und man hat trotzdem alle Waffen dabei. Sure is peaceful here. Oh, wir ecken uns hier einfach mal rein. Ah, und so findet man wohl Nebenmissionen. Also Nebenmissionen werde ich auch einige machen, aber nur Sachen, vor denen ich weiß, dass sie auch wichtig sind. Ja, und in Deutschland sagt sie dann, ich bin ihre Führerin. Ja, und in Deutschland sagt sie dann, ich bin ihre Führerin. Ich bin die Beschein einな. Du hast mehr Zeit. Du hast sie aufhören. Du hast sie aufhören. Du hast mein全部 Angehörerts. Du hast dein Angehörerts geboren. Ich gehe das Angst. Das ist Dnever, Gerris. Wir machen den Angehörerts noch eine Spirulge. Ich bin die Bindelge. Ich bin die Angehörerts. Ich bin die Waffen-Win-Unf sağret. der Seesek-Investigation in Saren. Sieht so, dass du ihn wirklich nachdenkst. Ich glaube nicht, dass er nicht so gut ist. Ich glaube nicht, dass er nicht so gut ist. Aber er ist ein Specter. Alles, was er anbelangt ist, ist Klassifizierung. Ich kann nicht so gut finden. Ich glaube, der Kanzel ist bereit für uns, Commander. Gut, Shepard. Vielleicht wird sie dich hören. Aber was war das doch bitte für eine Ermittlung? Wir wissen jetzt nicht, wie lange der Flug zur Sette gebraucht hat, aber die Ermittlung war doch definitiv eine Farce. Achso, ich dachte schon. The hearing's already started. Come on.